Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen Vorstellung des Edo-Tools. Edo ist ein kostenloses Web-Tool für die Planung und Auslegung komplexer Energieversorgungssysteme. Ein zentrales Merkmal effizienter Energiesysteme ist die Kopplung verschiedener Energiesektoren wie Wärme, Kälte und Strom. Nachhaltige Energiesysteme umfassen dabei häufig erneuerbare Energien, Energiespeicher oder Energieträger wie Biomasse und Wasserstoff. In der frühen Planungsphase eines Energieversorgungssystems für ein Gebäude oder ein Quartier liefert Edo eine erste Abschätzung zur optimalen Anlagenkonfiguration und Dimensionierung sowie zur Wirtschaftlichkeit. Schauen wir uns das Tool einmal näher an. Auf der Edo-Startseite kann mit dem Button New Optimization Scenario eine neue Berechnung gestartet werden. Die Eingabeseite des Tools hat drei Reiter Energiebedarfe und Ort, Technologien und Modellparameter. Im ersten Reiter definieren wir die Energiebedarfe, die von dem Energiesystem gedeckt werden sollen. Diese können Wärme, Kälte, Strom oder Wasserstoffbedarfe sein. Im unteren Bereich der Seite wählen wir den geografischen Ort des Systems aus. Der Ort ist relevant für die Berechnung von erneuerbaren Energien mithilfe von Wetterdaten, wie der solaren Einstrahlung und der Windgeschwindigkeit. Im Tool sind Wetterdaten für über 100 Städte auf der ganzen Welt hinterlegt. Im zweiten Reiter, Technologien, definieren wir die Erzeugungs- und Speichertechnologien, die für das Energiesystem in Betracht kommen. Dazu zählen Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien, wie Photovoltaik, Windkraftanlagen, Wasserkraft oder Solarthermie-Kollektoren. Konventionelle Wärme- und Kältetechnologien, wie Wärmepumpe, elektrischer Widerstandsheizer oder Kompressions- und Absorptionskältemaschine. Gastechnologien, wie Blockheizkraftwerke, Gaskessel oder Gaswärmepumpen. Blockheizkraftwerke und Kessel für die Biomasse oder Müllverbrennung. Wasserstofftechnologien, wie Elektrolyseur, Brennstoffzelle, Wasserstoffspeicher und Sabatierreaktor. Und zuletzt konventionelle Speicher, wie Wärme- und Kältespeicher, Batterien- sowie Gasspeicher. Im dritten Reiter, Modellparameter, legen wir die grundlegenden Eingangsparameter fest, die zum Beispiel Strom- und Gaspreise oder Steuern auf CO2-Emissionen. Hier können wir auch das Referenzsystem definieren, indem wir die Performance des optimierten Systems vergleichen wollen. Nach der Eingabe der Parameter können wir die Optimierung starten, indem wir auf Run Optimization klicken. Die Optimierung dauert etwa ein bis zwei Minuten, je nach Komplexität des zu optimierenden Systems. Nach Abschluss der Optimierung werden alle relevanten Ergebnisse auf der Ergebnisseite zusammengefasst. Oben auf der Seite wird ein Szenarienschlüssel angegeben. Mithilfe dieses Schlüssels können zu einem späteren Zeitpunkt die Eingabeparameter des Szenarios erneut aufgerufen und gegebenenfalls angepasst werden, um Parameterstudien durchzuführen. Im ersten Abschnitt der Ergebnisseite wird die optimale Dimensionierung aller Erzeugungs- und Speichertechnologien ausgegeben. Darüber hinaus finden sich Informationen zu importierten Energiemengen, beispielsweise aus dem Strom- oder Gasnetz, sowie zur Menge des erzeugten erneuerbaren Stroms. Im nächsten Abschnitt werden die verschiedenen jährlichen Gesamtkosten des Systems nach verschiedenen Anteilen wie Investitionen oder Energiebezugskosten aufgeschlüsselt. Darunter findet sich ein Überblick über die jährlichen CO2-Emissionen, sowie ein Vergleich mit dem Referenzsystem bezüglich Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit. In den letzten beiden Abschnitten werden die von uns auf der Eingabeseite definierten Energiebedarfe visualisiert und ein Überblick über die genutzten erneuerbaren Energien gegeben. Selbstverständlich können alle Modellparameter wie spezifische Investitionen und Wirkungsgrade einzelner Technologien für einen spezifischen Anwendungsfall angepasst werden. So, ich hoffe, Sie haben einen ersten Eindruck erhalten können, wie das EDO-Tool bei der Planung von komplexen Energieversorgungssystemen eingesetzt werden kann und wir würden uns freuen, wenn das Tool auch bei der Planung Ihres Energiesystems unterstützen kann. Wenn Sie mehr über das EDO-Tool, den dahinterliegenden techno-ökonomischen Optimierungsansatz und die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten erfahren möchten, schauen Sie sich gerne auch die ausführlichen Anwendertutorials an. Vielen Dank für Ihr Interesse.